herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die jibrail und iblis box von samra alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung jibrail und iblis von samra das ganze am 17 april erschienen wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich deutschrap jawohl es ist das debüt album von samra wir haben hier eine recht große box in einem sehr ungewöhnlichen design und zwar haben wir tatsächlich mehr oder weniger eine marlboro rotpackung ja das ganze im zigaretten design wir werden mal die folie ab machen und uns dann im detail ansehen so was haben wir hier wir lesen hier oben einmal universal urban präsentiert samra hier haben wir dann das abgewandelte logo von philip morris also diese beiden löwen die krone und so weiter das ist das logo von philip morris allerdings hier in der mitte lesen wir das es für samra ebenso in der schriftrolle darunter dann haben wir den album titel jibrail und iblis einmal groß und dick in diesen speziellen buchstaben und dann einmal darunter was hat es damit auf sich jibrail kommt aus dem arabischen und ist der erzengel gabriel also das arabische wort für den erzengel gabriel und iblis ist das arabische wort für teufel dementsprechend heißt es quasi gabriel oder erzengel gabriel und teufel und nachdem der erzengel gabriel ja mehr oder weniger so ein bisschen für das gute steht heißt das hier so viel wie das gute und das böse das gute und das schlechte ja hier unten dann big box also so eine große zigarettenpackung ist eine big box mit mehr inhalt big box größe m das hat zu tun mit dem weiteren inhalt mit dem sweater den wir hier vorfinden werden den konnte man in der größe auswählen dann hier nochmals samra nochmals samra jibrail und iblis barcode der ist aufgeklebt ich gehe mal davon aus der ist dann entsprechend der größe variable aufgeklebt worden samra deluxe box jibrail und iblis jeder noch die beteiligten und hier auch noch mal die logos der beteiligten gut das ganze werden wir mal öffnen ich gehe mal davon aus genau dass wir hier auf der rechten seite auf der linken seite das ganze versiegelt haben dann werden wir dieses siegel hier mal brechen bzw aufschneiden ich hoffe jawohl das gelingt so und dann schauen wir mal hinein ursprünglich hätte das album ja marlboro rot heißen sollen deswegen ist auch die box hier sehr passend und wenn ein rapper irgendwie für übermäßigen rauchen und zigaretten konsum bekannt ist dann auf jeden fall samra so als inhalt haben wir einmal den sweater dann haben wir ein poster die bonus ip und was haben wir noch das album natürlich so weiter hier nichts drinnen das ist die box die hat hier so zwei elemente so mehr oder weniger wiederhaken die hier oben dann einhängen und dann ist das ganze hier gut verschlossen so und wir haben zwei sachen hier noch in folie nehme ich einmal natürlich das album und zum zweiten den sweater der sweater kommt hier in seinem plastikbeutel machen wir auf einmal haben wir noch ein zettelchen okay das hier scheinbar gerissen und dann kommen wir gleich zum nächsten inhalt und zwar ist das natürlich das album ja wie gesagt ursprünglicher geplant als marlboro rot da hätte es ja auch noch 2019 erscheinen sollen aber ich glaube es gab dann irgendwie probleme mit dem album titel wahrscheinlich in die markenrechtsverletzung oder marlboro hat irgendwie faxen gemacht und dann kam ja auch noch berlin lebt zwei mit kapi deswegen lange verschoben gibrell und iblis und jetzt ist es endlich soweit wir haben hier ein super tool case das ganze in schwarz album titel hier wieder in weiß zu lesen zweifach drüber der album interpret samra auf der seite hier in diesem balken ebenso hier lesen wir das auch noch mal und auf der rückseite haben wir die tracklist 22 tracks an der zahl wir haben vier features und die kommen von zwei interpreten und zwar haben wir hier kapi einmal normales kapi normales kapi und als zweites feature haben wir dann noch elif also vier features drei davon von kapi eines von elif dann samra natürlich am rauchen die beteiligten und ein barcode so falls ihr etwas lärm hören solltet im hintergrund das ist eine baustelle die hier gleich in meiner nachbarschaft ist sorry dafür ich hoffe es ist nicht allzu schlimm und beeinträchtigt den ton nicht zu sehr hier haben wir dann die tracklist im booklet hier samra abgebildet in einer dior jacke und dann haben wir hier die einzelnen tracks fünf und sechs bedeutet elf dann haben wir weitere tracks 18 insgesamt dann wieder ein bild von samra und dann kommen wir zu den letzten vier tracks 22 also gerade in der heutigen zeit 22 tracks echt eine ansage meiner meinung nach weitere fotos weiterer text ok was mit etwas abgeht ich meine ok gut wir haben hier die infos zu fotografie und design aber was mir dann doch etwas abgeht sind die credits dass die hier nicht irgendwie mit im booklet sind ja schade dann hier auf der cd auch wieder samra abgebildet und so sieht das ganze aus dann kommen wir zur bonus ip und die hat kein geringerer beigesteuert als sein bester freund capital bra in seinem alter ego in seinem zweiten künstler ich und zwar choker bra anders nennt sich das hier haben wir das logo von bra musik und auf der rückseite haben wir die tracklist wir haben hier fünf tracks mit drauf und die sind allesamt wenn ich jetzt richtig sehe solotracks also fünf solotracks von choker bra ich glaube das waren auch die tracks wo schon ein paar ausgekoppelt wurden per video die er in den usa gedreht hat das ganze kommt in einer pubhülle und dann haben wir hier die cd an das choker bra lesen wir hier wieder wie gesagt in einer pubhülle so wir kommen zum dritten boxinhalt das ist in diesem fall ein poster auf diesem poster haben wir natürlich den interpreten zu sehen samra in dieser dior jacke gerade sein gesicht hier am verbergen samra chibrail und iblis lesen wir oben rechts und so sieht das ganze dann aus rückseite haben wir auch noch auch wieder in schwarz weiß und hier gibt es dann auch noch mal samra in dieser jacke zu sehen allerdings stehend und das gesicht nicht verborgen so sieht das aus und oben rechts gibt es natürlich auch wieder den schriftzug ihr kennt den gut das poster also beidseitig bedruckt beide male im hochformat jeweils in schwarz weiß und wir kommen zum letzten boxinhalt und zwar dem sweater wir haben hier einerseits mal mit aller sicherheitsklammer so eine kleine schnur mit diesem samra etikett drinnen werden wir mal kurz hier lösen so kommen wir gleich dazu aber wir machen erstmal den pullover den sweater auf und so sieht das aus also wir haben hier einen sweater im malboro rot design sowie auch die box hat man das artwork hier auch komplett durchgezogen was die kleidung betrifft diese etikett war noch dran also auch hier alles in diesem malboro rot design samra auf der rückseite und dann haben wir hier den sweater in rot und weiß es ist tatsächlich hier so diese optik der marke marke marlboro mit diesem roten drauf und darunter dem weißen dann in der mitte das abgewandelte philipp morris design in diesem fall eben samra und hier statt marlboro rot lesen wir samra der bund unten in weiß ebenso wie an den ärmeln also hier wurde das ganze dann mit einem bund vernäht so ein gerippter bund an den ärmeln und hier unten am bauch ebenso gerippt hier oben im nacken auf der rückseite ist das ganze nicht bedruckt aber jetzt sieht sich natürlich auch wieder dieses rot weiß design durch so sieht das aus und wir haben es bei diesem sweater zu tun mit einem klar jibreil und iblis size m hier ist uns nichts weiter ok dann schauen wir mal ob wir hier noch was finden genau danach habe ich gesucht samra style crewneck ja also diese sweater nennen sich crewneck eu size m produced for major moves gmbh germany rotenburg und wir haben es hier zu tun mit 80 prozent baumwolle 20 prozent polyester und das ganze ist finde ich jetzt gar nicht made in steht hier gar nicht ok ja grüße gehen raus unbekannter weise wo auch immer das hergestellt wurde wie gesagt die größe m war variabel also man konnte die größe auswählen von ich glaube s bis xl oder xxl also es gab diesen sweater auf jeden fall in diversen größen zur auswahl ich habe mich in dem fall für m entschieden gut wir packen den sweater wieder zusammen und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal der eben gezeigte sweater in der größe m wie gesagt größe war frei wählbar dann haben wir das poster beidseitig bedruckt im hochformat die bonus ip die anders ip von joker bra die kommt hier in einer papphülle und dann haben wir natürlich das album an sich gibrael und iblis in super tool case mit insgesamt 22 tracks jawohl das alles in dieser wunderbaren box gibrael und iblis von samra mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr samra unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao